Wir setzen fort bei... Nein? Wir setzen fort bei Darksiders 2. Ähm, ja, wir haben... Sind hier irgendwie mit unserem Fertigen hingerettet, wenn ich mich erinnere. Und gucken mal, die Hauptstory scheint uns in diese Richtung sogar zu bringen, tatsächlich. Hast du, tust'n Gegner, oder nicht? Ja, bist du tatsächlich. Dann, äh, geh mal kaputt, bitte. Gucken wir uns unsere neuen Sennchen mal... Senn... Senn... Senns... Sennschen, wohl, ja. Senn... Sennis? Senns... Sennschen. Die Verniedlichungsformen in Plural von Sennschen krieg ich nicht hin. Was haben wir denn hier? Warte mal, ich konnte... Da kann ich rollen. Okay. Was haben wir denn... Hier... Eine Glocke. Die aber anscheinend noch keine weitere größere Bedeutung hat. Und klingeln können wir sie auch nicht. Okay. Dann... Halt, da ist die Truhe. Da wird noch glatt ne... Ach so. Da wird noch glatt ne Truhe auf der Karte angezeigt. Und wie gesagt, ich werde die Truhen aufmachen, so wie ich sie finde. Ich werde nicht damit warten, irgendwie, wie sich irgendwie... Alöchen. Eine mystische Sense. Oh, cool. Cool. Würde uns aber wahrscheinlich nichts bringen, da wir wahrscheinlich schon eine bessere haben. Also, beziehungsweise, ich glaube... Das konnte man gerade schon sehen, dass sie weniger Schaden macht, auf jeden Fall. Wir können ja mal eben gucken. Hier, die... Hallo? Was ist da? Äh, ja. Die macht... Zorn bei Exekutierung. Mir wurde auch schon in den Kommentaren geschrieben, ich soll auf jeden Fall bei bestimmten... Bestimmte Gegenstände soll ich behalten, und zwar die Leben wiederherstellen... ...bei Exekutierung oder bei Schlag oder was auch immer. Oh, das ist hier die richtige Taste. Okay. Äh, guck mich mal, als ich... Je nachdem, wenn wir solche Items finden, kann ich das ja mal machen. Ach so, ich glaube, auch noch das finden, oder genau, ich... ...muss erst mal noch mit dem ganzen... ...der ganzen Steuerung und so weiter klarkommen, natürlich. Ich meine, das ist ja klar. Kaput. Wo komme ich eigentlich immer Geld, oder nur... ...wenn da auch wirklich Geld droppt? Ich kann ja, guck mich, ich habe, glaube ich, 659 oder sowas Gold. 659 waren es, glaube ich, gerade eben. Ich brauche mir ein Zahn. Ach so, ich habe mich mit dem Zahn für die Attacke. Dann wären wir doch gleich ein bisschen wütender. Und das sieht nicht so aus, als würde ich was dazu bekommen. Aber Gegner scheinen auch einfach so auf unseren Wegen zu liegen. Und man kann theoretisch irgendwo farmen, oder was weiß ich nicht, ich weiß, keine Ahnung. Ähm. Da, jetzt haben wir wieder Geld bekommen. Gucken wir mal, was hier drin ist. Klauen schaden schnell. Was? Oh, Hallöchen. Das ist unsere zwei... Hallala, Hallöchen. Ähm. Moment. Ich muss mal eh mit der Steuerung klarkommen. Nein, das war ein Heilsrang. Ich bin so ein Idiot. So, da war das. Nein. Ach, scheiße. Ähm. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall, anstatt unseren Hammer... ...als zweit war für diese Klinge dran. Natürlich auch sehr interessant drin. Joa, sind natürlich sehr interessant. Nun, keine Ahnung. Werden wir sehen. Da oben ist wieder ein... Oh, warte. Ein, ein, ein Ding. So ein... Artefakt-ähnliches Teil. Okay. Ja, ich weiß echt nicht, wie ich sie hier nennen soll. So ein Dauer springen, okay. Jetzt zwei Stück von. Wir haben ja schon gesehen, was wir damit kaufen können... ...machen können. Wir können damit sehr bestimmte Sachen kaufen. Gut. Ach, hier sind auch wieder die Gegner. Ähm, also ich, ich, ähm... Ja, weiß nicht. Also die Gegner werden wahrscheinlich sogar tatsächlich... Oh, warte. Oh, warte. ...werden sogar wahrscheinlich einfach, ähm... ...immer wieder kommen. Und deswegen reiten wir jetzt einfach auch mal in... ...Richtung unserer ersten Aufgabe. Ich meine, wir werden hier noch... ...mehr als genug wahrscheinlich von der Welt sehen. Beziehungsweise, das heißt mehr als genug. Ähm, wir werden wahrscheinlich noch einiges hier tun. Das heißt, Geld nicht automatisch einsammeln, finde ich ein bisschen schade. Was ist schade? Muss man halt extra nochmal überall rumgehen. Und wie wir auch schon gemerkt haben, können wir das ja auch etwas verbacken. Das Geld ist einfach mal irgendwie woanders hin... ...schleudern oder... ...wie auch immer. So. Okay. Wie das mit Kisten wird, das werden wir auch noch sehen. Ich meine, zurzeit werden wir Kisten ja relativ offensichtlich auf der Karte angezeigt. Ich glaube, das wird nicht so bleiben. Wie komme ich denn hier hoch? Ich komme hier schon direkt in die nächste Kiste. Wie gesagt, einige werden eventuell jetzt wirklich mal wieder ihre Hände über den Kopf zusammenschlagen. Oh mein Gott, was tust du da? Warum öffnest du die ganzen Kisten jetzt? Leute, es ist ein Bleinspiel und ich mache es so, wie es mir passt. Also so wie ich es gerne... Also so wie ich es spielen möchte, halte Löwchen. So wie ich es gerne spielen möchte, spiele ich es. Wie gesagt, wer damit nicht klarkommt, bitte einfach... ...das woanders gucken oder... ...gar nicht gucken oder... ...macht, was ihr wollt, aber... Ihr könnt euch die... Sagen wir so, ihr könnt euch die Kommentare halt sparen. Von wegen, äh, mach... ...das gefälligst so, weil ich spiele es so, wie ich... Jetzt ist ein unsichtbarer Gegner. Das funktioniert nicht. What? Aber ich hab recht. Hier ist ein unsichtbarer Typ. Hier ist irgendwas unsichtbares. What the fuck? Also ihr könnt euch die Kommentare manchmal... Wow! Ihr könnt euch die Kommentare halt wirklich sparen. Ähm, ich spiele es, wo ich möchte. Ihr könnt natürlich gerne Tipps geben. Da bin ich auch teilweise rum. Ich frage ja auch sehr oft... ...oft genug nach bei euch. Und ihr gebt mir Tipps. Tipps sind auch immer gerne gesehen. Das ist nicht das Problem. Das ist einfach nur, dass dieses... ...dieses zwanghafte... ...du hast gefälligst so zu spielen. Darauf lasse ich mich nicht ein. Ich bedanke mich auch immer wieder bei den Leuten, die mir natürlich Tipps geben. Das ist, äh, sehr nett. Und bitte storymäßig vor allen Dingen keine Spoiler. Das ist auch noch sehr freundlich. Und, äh, ja, eventuell ist es hier gerade auch überflüssig. Was ich mache, so von wegen, ich schmetze hier einfach gerade ein paar Gegner. Aber, ähm, ich mache es einfach nur gerade, weil ich ein bisschen Colt haben möchte. Und einfach nur, weil ich ein bisschen... Wo ist meine Erfahrung? Ach, meine Erfahrungsfragen... Ist halt, Moment, ist das, ist das Graue das Zorn, oder ist das Blaue das Moment, das kann man ausführen? Okay, blaues Zorn, aber das kann man jetzt da oben eventuell mal eine Erfahrungsleistung. Sehe ich das richtig, in Moment? Guck mal eben, die... Ja. Warum ist es aber aber dunkler geworden? Der Hau? Äh, hallo? Flackert mein Bildschirm, oder? Wenn ich nach da gucke, wird es dunkler. Was ist das denn? Okay. Also, wir haben theoretisch auch eine Lebensanzeige von den Gegnern, aber für so billige Gegner brauchen wir natürlich nicht, also... So. Who cares? Who cares bad? No one cares. Äh, hier war irgendwo noch ein... Hier sieht es wieder dunkler, was soll dieses Farbgespiele hier? Eigentlich müsste ich jetzt gleich ein Level... Ja, abkriegen. Fähigkeitsmuster halten, jetzt kommt, jetzt wird's spannend. Ähm... Was heißt spannend? Spannend ist das falsche Wort. Moment, was haben wir denn hier? Ah, eine Rüstung, cool. Äh, jetzt wird's in Anführungsstrichen spannend, weil ich hab nämlich keine Ahnung. Ja. Ja. Tatsächlich hab ich keine Ahnung. Ähm... Oh, cool. Also, das nimmt unsere... Genau, Clown. Hier haben... Das haben wir angezogen, glaub ich. Das müssen wir auch angezogen haben. Genau. Ähm... Jetzt wollen wir natürlich weitergehen. Genau, hier. Wir haben jetzt einen Fähigkeits... Punkt. Achso, wir haben schon uns entschieden. Okay, wir hatten ja schon... Wir haben ja sogar schon einen Punkt bekommen. Und ich wollte nicht... Ich hab sogar den ersten Punkt ja schon hier reingeschaut. Ja, natürlich, sonst hätte ich ihn ja nicht. Fällt mir drauf. Opfer. Bei allen Feinden, die von Teleportschlag getroffen wurden, besteht die Chance, dass sie Feuer fangen. Ich meine, im Endeffekt müssen wir das so oder so skillen, weil nur dadurch kommen wir in einen der beiden nächsten Bäume. Das heißt, wir können das so oder so einfach kaufen. Jo. Was wir davon nachher auch wirklich aufleveln... Ich meine, ob wir da jetzt einen Punkt reinsetzen, das ist ja... In allen Dingen schlicht das nicht. Ne? Kannst du mal Feuer fangen oder so, damit du mir jetzt mal zeigst, wie das so aussieht. Das wäre... Sehr nett. Total nett. Knorke. Dufte. Wie du's gerne hättest. Ne, willst du nicht, ne? Wir haben irgendwo ne Truhe. Nein, nicht genug Zahn. Dann erledigen wir den so. Kann ich... Hier abspringen... Kann ich. Hallo Prinzi, Pinzi. Okay, eine kleine Jump-Quest-Aufgabe. Die aber, glaube ich, nicht allzu schwer ausfällt. Ne, wenn man... Ne. Und da haben wir auch schon unsere Truhe. Okay, das sei... Was? Ja, ich hätte an der Wand entlang gemusst. Der kann nicht gut... Der kann an der Wand machen, was du willst, aber normales Springen, da steht er nicht drauf, glaube ich. Aber hier habe ich gerade... Habe ich ernsthaft das Gefühl. Das normale Springen, das mag der nicht. Also, ich meine, du kannst einen normalen Abhang entgegenlang springen und da würde irgendein Scheiß rein passieren. Wir kriegen... Was? Frostschaden 6. Ähm... Wir nehmen jetzt erstmal 34 bis 40. Dann können wir mal eben gucken. Also, das wird echt ein interessantes Spiel, glaube ich. Also, ich freue mich wirklich drauf. Also, beziehungsweise, ich spiele zwar schon, ich meine... Macht halt ein bisschen weniger Schaden, aber dafür ein bisschen Frostschaden. Das ist theoretisch... Genau die 6 Schaden, die es nicht an normalen Schaden macht. Macht es nochmal an Frostschaden dazu. Ich ziehe die jetzt einfach mal an. Just because of a can. Jo. Warum nicht? Gibt es hier Tag und Nacht, oder wird es hier gerade... Na, bilde ich mir das nur ein, dass es dunkler wird. Warte, was war das gerade? Warte, gerade... Da. Warte, ich gerade. Irgendwas ist oben rechts gerade aufgeflimmert. Da, ach so. Das war das Pferd. Vergesst das. Vergesst das einfach. Eieieiei. Ja, wunderschöner Abgrund. Ich hatte nicht vor, da reinzufallen. Wir reiten mal weiter. Achso, okay. Wir reiten doch nicht weiter. Oder kann ich auch von... Ne, ich kann nicht angreifen von links. Das ist auch interessant. Brenner. Oh, schade. Also, wir haben eine LP-Leiste. Es geht, glaube ich, bis Level... Irgendwer hatte mir das, glaube ich, sogar mal gesagt, bis welches Level es geht. Ich habe es nur vergessen. Keine Ahnung. Es geht bis irgendeinem Level. Also, wie gesagt, vor allen Dingen ist es ja so, man kann, wie gesagt, die Truhen anscheinend später aufmachen. Dann kommen da besser so Sachen raus. Aber das habe ich, glaube ich, jetzt mir einfach gerade erklärt, als ich das nicht tun werde. Ich glaube, das ist... Sollte irgendwann... Irgendwann kommt das an. Ich mag diese Dinger. Vor allem dieser Frostschal wird nochmal anders dargelegt. Finde ich ganz cool. Das ist bis jetzt... Also, bis jetzt ist es echt cool gemacht. Das ist ein schönes Hack'n'Slay. Sogar tatsächlich angenehmer... Also, ich empfinde das hier gerade als angenehmer als... Bei Dark Star 1. Das kann auch nur... Ähm... Mir so vorkommen. Aber ich empfinde es zurzeit echt angenehmer als Dark Star 1, das Kampfsystem. Tatsächlich. Das wäre der Dark Star 1 liebte, der wird, glaube ich, auch in Dark Star 2 froh. Glücklich. Was rumma. Der war doch. Brenner. Das musst du nicht schaden. Okay. Keine Ahnung, wo wir hier sind, weil du bei. Aber ich weiß noch nicht, wie wichtig das ist, wo wir sind. Aha. Hallöchen, du Ding da oben. Oh, okay. Jetzt will die Kamera nicht ganz mitspielen. Finishing move. Sakam. So, ich nehme an, wir kriegen noch ein paar Gadgets. Weil da zum Beispiel kann man... Also, da... Würde ich mir... Da würde ich schon wieder einen Präbesen fressen, wenn man da nicht irgendwie später was machen kann. Ich würde mal ganz kurz die Karte kurz gerne einsehen. Ähm... Karte, Karte, da. Da geht's zu die Narbe. Da wollen wir aber, glaube ich, noch gar nicht hin. Nö. Warum vibriert mein Controller? Keine Ahnung. Okay. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich wirklich die Teile, die hier rumfliegen, nicht mit Rüstung verwechsel. So nach dem Motto. Ähm, ich habe da Rüstung getroppt, aber ich hebe sie nicht auf, weil ich sie dachte, die würde jetzt gleich disappearn, weil das einfach nur irgendein Teil vom Gegner ist, der da. Darauf muss ich ein bisschen achten. Aber ansonsten... Hallöchen. Tschüss. Ah, jetzt brennt er. Kriegt Feuerschaden und man sieht's schon. Machen wir noch ein bisschen Eisschaden dazu. Oh, im Wasser sieht man das Geld und sowas schlägt. Finishing World. Hallöchen. Also das Geld, das versteckt sich auch gerne mal in Objekten. Das finde ich... Naja. Wie soll ich das finden? Ich meine, das ist gerade wieder in die Wand gefallen. Und wenn man nicht genau hingeguckt hat, wo das denn hinfällt, dann kann es sein, dass man einfach mal öfters mal Geld übersieht. So ist zumindest meine Denkenswerte. Also ich gehe starker voraus. Sobald sein Lüft. Okay. Okay. Wir noch einen. Ja, haben wir. Lebt der noch? Ne. Dann öffnen wir die Truhe. Gucken wir mal was drin ist. Geld. Und? Magie. Weißenthal ist man. Magie plus. Okay. Haben wir das jetzt angelegt? Äh, kurze Verwirrung bei mir. Ich hätte gerne, ehrlich gesagt. Eine übersichtlichere Karte gehabt. Also im Sinne von, dass man schneller und einfach auf die Karte zugreifen kann. Das wäre schön gewesen. Aber na gut. Wer weiß. Ich will jetzt noch nicht sagen, dass das Spiel das nicht hat. Aber ich befürchte nicht, dass es kommt. Weil man kann ja auf die, man kann ja auf die Karte zugreifen. Deswegen glaube ich, dass wir das einfach nur, naja, ich finde es nicht so, ich finde es nicht feingelöst. Aber das ist, das ist wahrscheinlich schon eine Sache. Ist auch ein bisschen komisch, dass die Kamera nicht so gerne immer, also ich muss immer öfters mal L2 drücken, äh, L, ja doch, LT. Den linken Trigger muss ich mal ab und zu ein bisschen drücken, damit der wieder zentriert, vor allen Dingen. Wenn ich hinter Gegnern stehe und auf einmal nach vorne, also in die Kamera rein muss, zackriere. Ich spawne da gerade Gegner hinter mir oder warum vibriert mein Controller? Wie verrückt. Wir haben jetzt wieder ein kleines Rätselchen, wie man da oben da rankommt. Probieren wir doch gleich mal aus. Wie wir das mit L2 weghalten und dann hoch. Dann dahin. Okay, hoch. Oh ne, ist mein Vogel. Ich denke mal, ah, da oben ist was Grünes. Dabei ist das nur mein dämlicher scheiß Vogel. Was haben wir hier? Aha, Verteidigung bloß zwölf. Nehmen wir. Hallo? Ich sehe nichts. Okay. Kamera. Ich nehme an, wir sind auf diesen Zwischenbalken gelandet. Aber kameratechnisch war das auch wieder 1A. Hm. So, bevor jetzt hier irgendwas total Spannendes passiert, machen wir kurz einen Cut. Bis gleich.